Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren, ja, Let's Play Minecraft. Die anderen Seasons 1 und 3 sind ja ziemlich schnell geendet. 2 war ein bisschen länger, 30, 40 Parts, glaube ich. Und jetzt wollen wir das mal ein bisschen länger hier ziehen. Wir spielen gerade auf der 12W 38B und ja, wollen wir mal holen, Sven. Markus ist natürlich auch wieder dabei. Leider. Leider. Zwingt mich dazu. Texture Pack habe ich geupdatet, steht in der Videobeschreibung. Und ja, lass uns erst mal Holz füllen. Hier sind ja auch ganz viele Hunde, die können wir dann zählen. Zählen. Die können wir jetzt auch färben, das finde ich so geil. Ach ja. Gib mal meine Rosaschleife. Ganz ohne Scheiß, das mache ich, glaube ich. Oh Leute, jetzt beginnt bei mir die Kirche da zu läuten. Ding dong, ding dong, ding dong, von der die ganzen, ich hab, wir haben ja schon ein bisschen früher so. What the shit thing! Geht so eine Höhle runter. Ja. Markus erster Tod, falls ich einen einbringe, wird das jetzt irgendwo erscheinen. Loser. Und dann bei 50 Parts, werden wir dann mal sehen. Er hat zuerst voll oft gestorben. Er tötet mich. Gott ey, warum fällst du in so einen Scheiß rein? Wo bist du? Ich bin an diesem Loch. Das hat mich gerade eben, mir irgendwas schlägt. Achso, irgendwas schlägt mich. Bis dahinten. Hier, hallo, hallo, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Anderle, Anderle. Hey Anderle, warum leftest du? Anderle. Okay, jetzt wo ist das Loch? Das ist mein Hals. Wo ist das Loch? Solltest du das nicht selber wissen? Voll gedischt. Da hinten ist noch eine Untergrundschlucht. Wo ist das Loch? Hier ist das Loch. Das Loch. Und der ist immer noch nicht mehr hinter mir. Meine Fräse, Junge. Das geht ja wohl gar nicht. Legen wir hier eine Fläche frei, einen Baum hier im Haus, welche Böcke sind. Willst du doch nicht dann Zeug holen da von da unten? Die zwei Holzblöcke. Zwei Holzblöcke. Da hinten ist eine Untergrundschlucht, hab ich gesehen. Oder hat eine Schlucht. Ich renne nicht, weil ich nicht drin bin. Ne, ist einfach nur eine Höhle hier. Loll, 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 loll. Erstmal hoffen, weil sie geht. Oh, komm mal her, komm mal her, bitte. Marco. 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 Wie, wo, was, man? Jetzt wäre ich fast ins gleiche Loch wieder rangefallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist der? Jetzt ist er wieder ein Gras. Das ist los. Nope. Ja. Oh. Cool. Hier ist es ziemlich... Max, wenn du... Wenn man dich nur halbe sieht, kann man dich einfach nicht ernst nehmen. Was? Ich stehe im Boden schon wieder. Jetzt nicht mehr. So, runter. Da geht's runter. Das Eis... Näääääääää! mein Gott ich kann dich nicht schlagen was soll das? mein ganzes Holz da unten ist ne Fledermaus Hä, gibt's da Fledermäuse? Da, Fledermaus, Fledermaus! Hab ich doch gesagt, es gibt Fledermäuse, meine Fresse, da unten ist ne Fledermaus da so unten sind drei Fledermäuse und ein Creeper wirklich? Wo? tun die dir was? tun die dir was? nö, die sind passiv, also greifen die nicht an da fliegen jetzt zwei, da drei, drei, vier, fünf also ich sehe eins, zwei, drei, vier fünf da unten sind noch ganz viele da sechs, sieben acht, acht hier beim Creeper oh lol ey ich brauch Holz oder ne Axt oder ich geh jetzt einfach da runter aber nein, 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 nein nein Was gibt's sonst noch für neue Mods? Scheiße, Creeper, Creeper kommt, Creeper kommt Hexe Hexen-NPC Achso, NPC, tun die dir was? äh, ja, die greifen dann mit Potions und allem cool, aber die gibt's nur NPC davon ja, die gibt's noch gar nicht die wurden noch nicht reingemacht aber die kann man schon spawnen im Kreativ was passiert, wie die Ledermäuse töt? äh, passiert nicht, man kriegt noch nicht mehr XP für die Scheiße und was, was kommt da raus? bei? was kommt da für eine Ressource raus? aus Fledermäusen gar nichts, wahrscheinlich irgendwann so ne Art Leder oder so Fledermäuse Fledermäuse wow, ne Blut krieg mal Blut Blut oh, das Kohle können wir uns paar Fackeln machen auch machst du all den Zockern? was? Blut ahja Xperia and Orbs haben jetzt auch so ein komisches Geräusch manche davon warte, werden wir gleich hören hoffentlich komm, kommt gar nicht kommt das nicht hä, warum kommt das nicht? hm hallo Fledermaus hallo Fledermaus hallo Fledermaus hallo Fledermaus hallo Fledermaus hallo die gehen mit 2 schlechten Kappen nein er hat meine Workbench weggesprägt die Fledermäuse du hast ne Angst äh, ne ne irgendwas und jetzt hol ich nochmal ne Es ist aber die letzte Workbench. Okay, dann habe ich schon mal 64 Fackeln. Ein Schwert. Okay. Ah, dieses Geräusch. Oh Gott. Hast du es gehört? Ja, Max hat Tinnitus. Das war bei mir. Das habe ich auch gehört. Das ist so ein geiles Geräusch. Das ist wie Weihnachten. Die haben die ganzen Geräusche geändert. Ja, was hat ein geiles Geräusch? Und Lava. Das wird mal Wellen-Zone. Jetzt müssen wir jedes Mal irgendwas abbauen, was Experian gibt. Das ist so ein Diamant. Diese Schwärzen. Okay, ich habe hoffenweise Kohle. Das ist viel zu lang für den Experian. Ah, ich habe das hier in der Reihe. So, jetzt was, wie hört sich das an? Da hat gerade eine Fledermaus gehangen, oder die hat sich gerade hingehangen. Gehängt. Die hängt an der Decke. Oh, was da? Da, siehst du die? Siehst du die Fledermaus? Maus? Siehst du die da? Ich seh sie, aber ich weg, weil die Tür... Die hängt da! Und wenn man zu nahe hingeht, legt sie... Weg! Die sind voll niedlich, die Türchen. Skelette haben ein neues Geräusch. Oh! Ich werd demnächst sterben, aber... Oh Gott! Oh Gott, geht's hier runter, Alter, guck mal, wie sie runtergeht. Hast du braune Pilze oder so? Und ein Creeper. Was? Äh... Kannst du mal bitte das Skelette... Äh... Den Creeper, äh, mein Zeug aufsammeln. Äh, ich weiß nicht, wo du bist, ich bin ganz anders, ich bin gerade von unten. Oh, man. Wie gesagt, in den ersten Episoden werden wir fast nur draufgehen. Du weißt ja noch was nicht, oder? Hm? Du weißt ja noch, wo's hingeht, aber... Denke aber... Was ist ein Skelett? Ah! Ja, toll! Wie soll ich das denn überleben, wenn ich nicht regenerieren kann und es mich die ganze Zeit tötet? Oh, brauner Pilz. Hehehe, brauner Pilz. Hehehe, brauner Pilz. Unser einzigen Nahrungsmittel werden sein. Pilzzurpen. Gott, das ist nur... Ah, Lapis Lazuli. Und Lava und Wasser und Obsidian. Und ganz viele schöne Sachen. Ach, Mann. Ich rechne jetzt hier meine Base ein. Ja, rett mich. Das Gerät folgt mir. Oh, Lava hört sich cool an. Das hört sich an, wenn Max ins Klo rein schreibt. Rette mich! So, blub, 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 blub. Rette mich! Du sollst mich retten, hab ich gesagt. Rette deinen Motor auch. Meine Fresse, kannst du nicht einfach explodieren, du scheiß Creeper? Geh doch jetzt... Geh doch in die Luft. Ich hab das so... Ich hab das gehört. Jetzt rette mich, du dreckiger Witzel. Ah, Schmerzen im Ohr. Fick dich, Skeleth. Boah, fick dich einfach nur. Ich kann mich auch noch nicht mal regenerieren. Ich kann mich nicht regenerieren. Krass, wo bist du hin? Ich hab eine kleine Base gebaut. Ja, toll, das bringt mir nichts. Wo bist du hin? Warte. Ich glaub, wo die Fackeln sind, oder was? Warte, ich hab mich hier rein... Warte, ich erwarte dich dann. Geh einfach ganz rund, ich seh dich. Da ist er. Hallo. Da ist ein Skelettoidio. Hä? Siehst du das Skelett auch? Nein. Ich seh das Skelett. Und die Zuschauer sehen es auch. Wer schaut dich schon? 10.000... 700 Aufrufe, das war alles für... Philipp! Philipp! Oh, Lavasee. Lava, Lava. Lavasee. Völlig dicht. Financial Psalm. Scary. Hier ist nichts, oder? Oh, da hinten geht's weiter. Durch den La... Was für eine Base hast du hier gebaut? Ich seh hier nichts. Ich seh hier nichts. Scheiße, ich kann mein Holz verloren. Mein ganzes Holz ist weg. Oh mein Gott, ey. Mein ganzes Holz ist weg. Oh mein Gott, ey. Ey, wenn du mich tötest, müsstest du dir irgendwann so'n Mob-Kopf, irgendwann so'n Player-Kopf kriegen, oder? Ist das nicht so? Dann hätt ich schon tausend. Ja, aber früher gab's ja keiner. Hm. Was ist unser Haus? Oh, hier geht's weiter. Ja, ich brauch grad die Base ab. Ja, hier geht's weiter. Ich glaub, das hab ich schon gesagt, aber hier geht's weiter. Oh Gott, ich hab kein Holz mehr. Ja, wir haben richtig verschissen, außer wir finden jetzt einen Minenschacht. Minenschacht, ne. Nein. Für eine Eisenspitze. Für eine Eisenspitze. Für eine Eisenspitzehackerei. Ich hab auch noch drei Eisen. Ich hab auch noch drei Eisen. Das Leute, Kamenstor ist hier. Wo, 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 wo geht's? Wo geht's weiter? Ach, der hat mit dem Lava. Ja, Lava-Sö, da hab ich nen Weg gebaut. Ja, das ist jetzt. Man sieht, dass die Hässlichkeit ist ihm ins Gewicht geschrieben. Aber hier über dem Lava-Sö geht's auch weiter. Oh, das muss man zu bauen. Oh, Lava. Endlich fließt Lava schnell ab. Wirklich? Meinst du? Ja, aber übel. Ah, ich hab schon wieder dieses komische Geräusch. Ja, sammeln auch ein paar Knochen, gell. Knochen? Oh, da geht's mit Lava-Sö. Da va, lava. Na, na na na. Na, na. Na, na na na, na na. wo bist du hin hier geht den Weg wieder ganz nach oben, wo geht mit dem, ich seh der Name ich komm mal doch, ich komm mal doch, ich hab 5 Knochen schon ich hab keine Fackeln mehr ich hab 61 Fackeln gib mal die Haftabweich hab kein Holz, wenn ich will nicht verschwenden ja gleich das mal oben das Wasser aufmachen zu machen jetzt kommt hier dann Luft ok Wasser fließt ab oh hört sich das zu frischen dann was? Spassel oh, 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 Creeper Creeper und er ist in Luft geflogen nimm mal Kohle mit ja, hab doch noch ahhhh ich find das einfach zu geil oh, geile Höhle, geile Höhle ich sag nur geile Höhle, das sollten wir echt ausbauen, aber wir müssen dann den Weg nach oben auch wiederfinden kommst du mal bitte? bitte bitte ich 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 ich